Beim Shuttle finden sie Waffen und Munition. Decken sie sich ein. Haben die Dinger überhaupt versucht mit ihnen zu reden? Nicht westlich. Sie haben einfach das Feuer eröffnet. Wie war es bei ihnen? Wir haben versucht nett zu sein. Leider haben sie nicht mitgespielt. Oh, verdammt! Feindliches Schiff im Anflug! Die Decker! Schnell! Da kommen sie! Sie haben echt Eier! Sie versuchen einen Abwurf! Nicht nachlassen! Ha! Ein Blitz hat ihr Shuttle erwischt! Harry, alles okay bei Ihnen? Ja, noch sind wir nicht tot! Seit wann fliegen Felsen? Akzeptieren Sie es einfach! Mann, die Kerle wissen, wie man kämpft! Unser Hellewald! Unser Hellewald! Uhhh! Schon wieder tot! Tot, 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 alle tot! Oh, verdammt! Feindliches Schiff im Anflug! In Decker! Schnell! Kommt der Decker noch nicht klar! Da kommen sie! Sie haben echt Eier! Sie versuchen einen Abwurf! Nicht nachlassen! Ja! Ha! Ein Blitz hat ihr Shuttle erwischt! Harry, alles okay bei Ihnen? Ja, noch sind wir nicht tot! Seit wann fliegen Felsen? Anzeptieren Sie es einfach! Achtung! Da kommt noch ein Shuttle! Oh, verdammt! Feindliches Schiff im Anflug! In Decker! Schnell! Da kommen sie! Sie haben echt Eier! Sie versuchen einen Abwurf! Nicht nachlassen! Ha! Ein Blitz hat ihr Shuttle erwischt! Sie haben echt Eier! Harry, alles okay bei Ihnen? Timm mal ein Geek in Decker! Oh, verdammt! Feindliches Schiff im Anflug! In Decker! Schnell! Da kommen sie! Sie haben echt Eier! Sie versuchen einen Abwurf! Nicht nachlassen! Ha! Ein Blitz hat ihr Shuttle erwischt! Harry, alles okay bei Ihnen? Ja, noch sind wir nicht tot! Seit wann fliegen Felsen! Akzeptieren Sie es einfach! Ach! 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 Achtung, da kommt noch ein Shuttle! In diesem Wetter? Ich schätze, wir haben Ihre Aufmerksamkeit erregt! Sind das Hunde? Schön wär's, die können sich irgendwie trauen! Ach so! Die verarschen mich doch! Melden Sie sich! Ich bin hier! Ich lebe noch! Hier! Anwesend! Ich krieg diese Dinger nicht ins Visier! Es sind zu viele! Schießen Sie einfach weiter! Wir schaffen das schon! Mann, die Kerle wissen, wie man kämpft! Au! Verdammte Schrappell! Verdammt, die lassen einfach nicht locker! Das reicht, Liam! Ich weiß, aber Sie haben Kirkland getötet! Ich verstehe Sie, ja, aber bleiben Sie ruhig! Jetzt geht's mir besser! Was ist mit den anderen? Fischer wurde verwundet und Kree ist verschwunden! Unser Shuttle wurde zerstört! Leute! Sie ist verletzt! Ich wusste nicht, dass Sie Biotikerin sind! Keine Sorge, es ist nicht ansteckend! Vor dem Angriff konnte ich unser KOM-System reparieren! Das rettet uns das Leben! Ruhen Sie sich jetzt aus! Sam, bist du da? Hufo, Kaling eingerichtet! Bestätige, Rider! Der Pathfinder will mit Ihnen sprechen! Ein Glück, dass es dir gut geht! Wie ist die Lage? Liam und ich sind bei Cora! Wir haben Verletzte! Die gute Nachricht ist, unser Shuttle ist repariert! Wir können zurück zur Arche! Nicht bei diesem Sturm! Der Flug wäre zu riskant! Wir haben keine Wahl! Hier unten ist es auch nicht besser! Wir sind nichts weiter als menschliche Blitzableiter! Nicht, wenn wir die Blitze abstellen! Wie meinen Sie das? Ich hab eine Idee! Komm zu meinen Koordinaten! Dann... Verdammt! Sie haben mich gesehen! Sir? Sir! Kommen Sie beide allein klar? Ich kann Sie stabilisieren! Kurzfristig! Gehen wir! Sam, hast du die Position des Pathfinders? Ich markiere den Nerfpunkt auf Ihrer Karte! Sieht aus, als wäre es in der Nähe! Beeilen wir uns! Gehen Sie, Rider! Das ist mit Greer! Ich passe auf Sie auf! Wenn er noch nicht aufgetaucht ist, können wir nichts machen! Der Pathfinder ist alles, was zählt! Was wollte sich mein Vater ansehen? Er hat versucht, mir über diesen Turm herauszufinden! Nun, laut Nachtpunkt ist er dort ganz in der Nähe! Seien Sie vorsichtig! Die Sturmfreund wird bereits intensiver! Schön, dass du wieder da bist, Sam! Wie wär's beim nächsten Mal mit guten Nachrichten! Hä? Nichts erforschen, alles weg! Ist ja doof! Rider, Ihr Vater zeigt den Schwierigkeiten! Wir müssen ihn finden! Wir müssen den Pathfinder finden! Und zwar schnell! Na! Sam hat recht! Wir haben nicht viel Zeit! Ja! Diese Stange! Hilf Ihnen die Blister! Ja! Wenn wir uns nah an dieser Wand halten, sind wir vielleicht vor Ihnen sicher! Wir sind Leichen! Und diese Kerle sind nicht durch Blitze gestorben! Brandmunition! Mein Vater war offenbar fleißig! Er war ein N-7! Mit denen ist nicht zu Spaß! Hier kommen wir nicht weiter! Jo, geh los, geh los! Mach was ja! Ich bin zu Ende hier, aber... Ich bin jetzt hier! Diese Stangen waren eine ziemlich clevere Idee! Nur so kann man hier überleben! Und indem man auf alles schießt, was sich bewegt! Sie sind nahe dran! Dem Nachtpunkt zufolge ist mein Vater da oben! So! Abflusszene und erstmal Feierabend! Sir! Kopf runter! Wer sind diese Kerle? Besucher wie wir! Ich denke nicht, dass dies ihr Heimatplanet ist! Ja, da war ein verlassenes Labor! Sie haben diesen Ort offenbar erforscht! Gut! Du hast tatsächlich was erkundet! Deshalb sind wir doch hier, oder? Um das Unbekannte zu erforschen! Ja, aber bei all dem hier kann man das leicht vergessen! Wem sagst du das? Sir, Sie sagten etwas über die Blitze! Die Energiewolke, die die Hyperion gerammt hat, beeinflusst den ganzen Planeten und stört das dort! Der Turm hängt in einer Feedback-Schleife mit der Wolke! Gemeinsam stören sie das gesamte Klima mit umgelenkter Energie! Wenn wir also da reinkommen und ihn abschalten können... Verschwinden die Blitze! Und wir kommen mit dem Shuttle hier weg, theoretisch! Wir müssen nur an denen vorbei! Es kann, aber was bleibt uns übrig? Wir müssen da rein und es versuchen! Machen Sie sich keine Illusionen! Uns erwartet ein harter Kampf! Wenn die Raiders bereit sind, bin ich's auch! Wir riskieren aber, dass der Konflikt mit diesen Typen noch weiter eskaliert! Das heißt wir oder die? Die natürlich! Leider sind wir in der Unterzahl! Da kann ich helfen! Wir ändern einfach die Zahlen! Finde ich gut! Los geht's! Ich bin direkt hinter Ihnen! Zu der Struktur vor...